Das ist der erste Tag, wo ich hier bin und natürlich fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich hatte auch einen schönen Urlaub und meine Batterien sind wieder voll und natürlich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere. Für mich ist das wichtigste Gewinnspiel, ich schieße Tore und einfach gewinnen. Ich hatte auch vier Torejahre bei Borussia, aber jetzt in diesem Moment ist eine neue Seite in meinem Buch. Ja, genau. Und aber nach rechts. Pass auf, wir fahren nur noch ein Bild. Ja, du kommst aber. Pass auf, wir fahren. 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 Pass auf, wir fahren.